Alter, der Ratz war richtig auf mir aus, ey. Aua. Also ihr seht, ne, ich hab hier die Codex-Dinger drin, der ist 55, ich bin grad mal 51 und bis jetzt, so schlecht sieht das nicht aus. Ich glaub, wir könnten den sogar packen. Also sind meine Skillungen doch nicht so scheiße, wenn ich selbst den schlechter hinkrieg, wenn ich den hinkrieg. Oh, du klar, Wichser. Ah. Oh, Schild, das ist mies. Ich krieg dich, der Drecksack. Kannst dir 10 Schilde holen. Das ist mir so scheißegal. Ich zerr, flüg dich! Blöder Pisser. Oh, der ist schon wieder. Oh, ich glaub, ich den jetzt schon, der hätte ja schon zweimal verhauen. Der ist unter dem Wissen, Buncher, wa? Oh, der ist schon wieder. 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 Ah, jetzt kommt das so mies Na klar, komm, was war geht denn? Nicht Na, okay Bist so ein feiges Taxi, alter Job endlich Arschloch Was für ein Krebel, ey ohne Witz